Wir sitzen da, sie nach vorne kommen, in sh'allah, damit ich nicht immer an die Sunnah in den Muslimen dass wir alle zusammen sitzen, weil wir uns jetzt auch kommen können Inna alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inu, wa nasta'ghoferu Wa na'udu billahi min shurur an-fusina wa min seii ati a-armainina Min yehdi illah fa la m Buddhism la,wamin yudlil fela hadih la Waahshahdu an la ilaha illallah, wahhdah la sh��터 dah Waahshahdu an mحمd an abduhu wa rasuluh, Allahumma sallil wa sallim wa barik ala nabiyna Muhammad Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Mohammed, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sein Diener und Gesandteres. Alhamdulillah, liebe Geschwister, begrüßen wir euch hier im Hause Allah, sallallahu alaihi wa sallam und freuen uns, diese gläubigen Gesichter immer wieder anzutreffen. Möge Allah, sallallahu alaihi wa sallam, uns und euch im Paradies miteinander vereinen. Und das Schönste für uns ist diese Sehnsucht nach dem Paradies. Diese gibt uns Kraft und Hoffnung, dass wir, insha'Allah, immer weiter durchhalten in dieser Dunia, wenn es auch schwer ist, gerade in diesen Tagen für gläubige Herzen. Der Sieg Allah, sallallahu alaihi wa sallam, und du siegst, wenn du deine Religion lebst, und wenn du mit dieser Religion stirbst, o Diener Allahs und o Dienerin Allahs. Und du wirst, bevor du stirbst, bevor deine Seele genommen wird, wird dir die frohe Botschaft gemacht, dass du was betrittst, das Paradies. Und diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, ist dein Herr Allah. Wenn du zu denjenigen gehörst, dann mache ich dir eine frohe Botschaft, höre, was Allah mein und dein Herr sagt, weil ich diejenigen, die sagen, Allah ist unser Herr. Reicht das? Viele sagen, Allah ist unser Herr. Kennt ihr viele, die auch sagen, Allah ist unser Herr? Beten sie? Fasten sie? Haben sie was mit der Religion zu tun? Nein. Allah azawajal, er beschreibt uns den richtigen Glauben. Und diejenigen, die sagen, Allah ist unser Herr, und sich daraufhin auf einen geraden Weg begeben, der Weg von Ahlus Sunnah wal Jamaah. Möge Allah uns zu dieser Gruppe zählen lassen. Und das ist die Gruppe, die ihre Religion richtig praktiziert, sie richtig versteht, und diese Religion als oberstes Ziel in ihrem Leben nimmt, so dass sie es nur begehren, mit dieser Religion zu sterben. Denn das sind diejenigen, die rechtgeleitet sind, Allah azawajal sagt über sie, sie brauchen nicht ängstlich zu sein, vor dem, was sie begegnen wird an Ereignissen, Yawmul Qiyama, und am Tage des Gerichts. Möge Allah uns Sicherheit geben, allesamt an diesem Tag. Und sie brauchen auch nicht, Ihr braucht auch nicht traurig zu sein. Traurig wegen was? Wegen allem, was ihr hinter euch gelassen habt. Wer wird sich darum kümmern? Allah azawajal. Und ihr bekommt das Paradies, welches euch versprochen wurde. Was bewirkt so eine Ere in deinem Herzen, oh Dinama? Reicht dir das? Wallahi, wenn du ein Gläubiger bist, dann reicht dir das. Warum? Das ist das Versprechen? Allah azawajal. Wird das passieren? Bei Allah es wird passieren. Allah azawajal sagt, Allah azawajal, die Paradiesbewohner rufen den Höllenbewohnern zu. Sie werden miteinander reden, ein Gespräch, einen Dialog haben. Wer? Die Paradiesbewohner und die Höllenbewohner. Die Paradiesbewohner werden sprechen, während sie wo sind im Paradies. Und die Höllenbewohner werden antworten, während sie wo sind im Höllenfeuer. Wir haben tatsächlich vorgefunden, was unser Herr Allah uns versprochen hat. Wo sind wir an diesem heutigen Tage im Paradies? Habt ihr auch das vorgefunden, oh ihr Ölbewohner, was euer Herr euch versprochen hat? Sie sagen, wir haben das vorgefunden, wir sind nämlich gerade wo im Höllenfeuer. Allahu akbar. Das Versprechen Allahs ist wahr. Zweifel nicht an dem Versprechen Allahs, sondern mach dir viel mehr Gedanken über deine Standhaftigkeit auf diesem schweren Wege, der Omar das Leben gekostet hat. Omar wurde getötet für was? Für seine Religion. Der Uthman das Leben gekostet hat. Uthman wurde getötet wegen seiner Religion. Und der Ali ibn Abi Talib das Leben gekostet hat. Ali ibn Abi Talib, wurde ebenfalls getötet für diese Religion. Das ist ganz normal, liebe Geschwister. Dass ein Mann in diesen heutigen Zeiten getötet wird, weil er sagt, Rabbi, Rabbi Allah. Tötet ihr etwa einen Menschen nur, weil er sagt? Was sagt der? Mein Herr ist Allah. Möge Allah den Stand festmachen. Wenn du aber diese Religion über alles liebst, wird Allah den Stand festmachen. Und wenn du diese Religion so nimmst wie ein Kleidungsstück, wenn du sie brauchst, siehst du sie an. Und wenn du sie nicht brauchst, siehst du sie aus. So sage ich dir, oh Dina Abbas, die Tage der Fitna sind da. Und welche Fitna wird dich, wala yadu billah, vom Islam reißen, wenn du deine Religion nicht ernsthaft praktizierst? Allah wird dir das Leben nicht leicht machen. Möge Allah azza wa jall jeden Muslim als Muslim leben lassen und sterben lassen. Und möge Allah azza wa jall die Nicht-Muslimen zum Islam. Liebe Geschwister, wie angekündigt, wollen wir heute, biiznillahi samil al-alim, ein Kommentar dazu abgeben, was natürlich jetzt gerade politisch brisant und sehr, sehr wichtig ist für uns Muslime. Denn vielleicht weiß der eine oder andere das, ich hasse Politik. Weil Politik ist das schmutzigste Geschäft. Das schmutzigste? Ich rede nicht über islamische Politik. Die ist anders als das, was wir in diesen Zeiten sehen, liebe Geschwister. Und daher haben wir auch angekündigt, dass wir dieses Statement, diesen Kommentar heute abgeben werden. Ich möchte das Thema genau wiedergeben. Das Thema ist das geplante Kopftuchverbot, das muslimische Mädchen erretten oder sie von ihrer Religion entfernen. Darüber reden wir heute mit eurer geehrten Anwesenheit, liebe Geschwister, in der nächsten Stunde, biiznillahi samil al-alim. Und ich hoffe, dass ihr mir nicht nur eure Ohren leidt, sondern auch eure Herzen, vor allen Dingen eure Herzen. Das Verbot vom Kopftuch. Und ich möchte, bevor ich präzise auf dieses neue Gesetz, was verabschiedet werden soll, es ist noch nicht verabschiedet worden, möchte ich erst mal unsere Muslime stärken, ihre Herzen stärken, biiznillahi samil al-alim und auch den Nicht-Muslimen ein Bild darüber verschaffen, was ist der Islam? Was ist die Stellung der Frau im Islam? Wollen sie die Information von den Medien nehmen oder wollen sie sie lieber von Muslimen nehmen? Es ist heute sehr, sehr erstaunlich, dass man die Nicht-Muslime nach der Religion des Islam befragt. Ist das eine richtige Vorgehensweise? Bei Allah, nein. Diejenigen, die nicht ihre eigene Religion kennen, wollen über unsere Religion heutzutage urteilen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und wir lassen das nicht zu, weil wir ein Recht haben, unsere Religion zu erklären, zu verdeutlichen, so dass die Leute aus erster Quelle unsere Informationen entnehmen. Aus Koran und Sunna, so haben wir Muslime gelernt, nach dem Islam, walhamdulillahi robbil alamin, zu leben. Lasst mich diesen Vortrag in vier Punkten zusammenfassen, liebe Geschwister. Erstmal, wir reden über die Ehrung der Frau im Islam. Nummer eins. Nummer zwei, wir reden über das religiöse Gebot des Hijab und das, was die meisten Leute unter Kopftuch verstehen. Aber bei uns ist es was? Kopftuch oder Hijab? Hijab. Wir kommen gleich dazu. Und die Lüge, dass dieses ein politisches Symbol ist oder eine Unterdrückung der Frau darstellt. Punkt Nummer drei, liebe Geschwister, die Scheinargumente der Islamgegner bezüglich des Kopftuchverbots und der vierte Punkt, eine Antwort an die Islamgegner. Und wenn wir es schaffen, biiznillah, ist Samir al-Alim, möchte ich gerne einige Kommentare unserer Schwestern lesen, vorlesen, so dass wir auch die Stimme der Frauen hören können, wie sie die gesamte Situation sehen. Denn es geht schließlich auch um diese edlen Frau. Möge Allah azawajal uns stärken, uns die Wahrheit auf der Zunge. Möge Allah azawajal uns die Wahrheit sagen lassen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu einer Gemeinschaft machen, die alle für den Islam, la ilahe illallah, Muhammad Rasulullah einstehen. Die Ehrung der Frau im Islam. Erstmal sollte die Frau, die muslimische Frau wissen, dass sie eine geehrte Stellung im Islam hat. Und bei Allah, sie kann stolz sein auf diese Stellung im Islam. Keine Religion, und ich betone es, hat der Frau eine Stellung gegeben, wie der Islam dieser Frau eine Stellung gegeben hat. und ich mache euch einen Vorschlag. Derjenige, der mir gleich eine Frage beantwortet, und ich stelle sie euch in Kürze, der wird von mir 10.000 Euro bekommen. Versprochen. Wir lügen nicht. Wir lügen nicht. Alhamdulillah, ist es verboten zu lügen. Jetzt seid ihr wach, ich weiß. Wer kann das Geld gut gebrauchen? Doch so viele hat es für einen Teil. Wer beantwortet mir die Frage, wo steht die Sura Al-Rijal im Koran? Was bedeutet Al-Rijal? Die Männer. Wo steht diese Sura im Koran? Bitteschön. Ich hoffe, man hat meine Frage verstanden. Wo steht sie im Koran? Na? Nö, gibt's. Sie wissen schon, dass keiner kriegen das Geld mit anderen Lernen. Glaubst du, ich habe 10.000 Euro zu verschenken? Na? Das steht nur noch. Eigentlich habe ich die Frage bei Atmos. Es scheint so. Es scheint so. Aber die 10.000 wirst du nie sehen. Ich sage, sagt mir, wo diese Sura im Koran steht. Wo steht eine Sura im Koran, die heißt Al-Rijal, die Männer? Es gibt sie nicht. Stattdessen gibt es eine Sura im Koran, eine ganze Sura im Koran. Sie heißt Al-Nisa. Allahu akbar. Und es gehört zu den längsten Sura im Koran. Wir hassen Frauen. Allahu akbar. Wir hassen Frauen. Und man will das, dass der Mann sich so in sein Bad reinbohlt mit seinen Fingern und sagt, die Frau ist nichts bei uns. Es gibt eine Sura Al-Nisa, die Frauen. So eine Sura hat Allah nicht den Männern gewidmet. Allahu akbar. Und noch mehr, ihr solltet wissen, liebe Geschwister, der Islam hat das kleine Mädchen geehrt und er hat die Ehefrau geehrt und er hat die Mutter geehrt. Und wir reden über die Frauen heute. Subhanallah. Wie hat der Islam die kleinen Mädchen geehrt? Aisha radiyallahu anha berichtet und wir haben über die von Alhamdulillah Rablalamin. Aisha sagte, einmal kam eine Frau zu mir und sie hatte zwei Töchter dabei. So hat sie mich um etwas gebetet, dass ich ihr etwas zu essen gebe. Hört was Aisha radiyallahu anha sagte, die Frau vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam sie sagte, bei mir im Haushalt gab es nichts. Das sage ich den Schwestern, die Masha'Allah fünf Schrenke voll haben und sagen, ich habe nichts zum Kochen. Was sagte Aisha radiyallahu anha? Bei mir gab es nichts. Nichts? Absolut nichts? Sie sagte, faa'ataytuha iyaha faa'atayta so habe ich ihr die Dattel gegeben, außer der Dattel hatte ich nichts. So habe ich ihr die Dattel gegeben, so hat sie sie genommen, faa'ataytuha beina ibnateyha walam takkul minhashayal. So hat sie die Dattel genommen und sie hat sie in zwei Stücken gebrochen und hat jeder ihrer Tochter diese Mutter eine halbe Dattel gegeben. Dann ging diese Mutter und sie ist herausgegangen mit ihren Töchtern. So kam der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt Aisha radiyallahu anha faa'ataytuhu so habe ich ihn über diese Gegebenheit benachrichtigt. Faa'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam man ibtuliyya minal banati bishayin faa'ahsana ilayhinna kunna la wusitla minana derjenige der mit Töchtern geprüft wird. Das heißt er hat Töchter und er hat schwere Umstände und er ist gut zu diesen Töchtern gut zu diesen Töchtern er respektiert sie er achtet sie er zieht sie auf beste Weise auf so sind sie für ihn ein Schutz vor dem Höllenfeuer Allahu Akbar so sind sie für ihn was? Ein Schutz vor dem Höllenfeuer das ist die Stellung der kleinen Mädchen möge Allah so uns viele Mädchen und Frauen die diese Mädchen bringen und dann sagen wir auch den Leuten sowohl den Muslimen als auch den Nicht-Muslimen die Ehefrau ist geehrt bei uns im Islam so sagt Allah im Koran subhanahu wa ta'ala wa'ashiruhunna und geht mit ihnen mit den Frauen auf beste Art und Weise in jeglicher Hinsicht und der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam sagte die Besten von euch von euch Männer sind die Besten zu ihren Ehefrauen und er sagte damit er einen Maßstab darstellt und ich bin der Beste zu meinen Ehefrauen Allah warum hat er sich als Beispiel genommen weil keiner ihn toppen kann vielleicht könntest du den oder den toppen aber er hat dir sich selbst als Vorbild dargestellt damit du weißt die Sache wird nicht leicht für dich das ist dein Vorbild Mohammed sallallahu alaihi wa sallam der mit neun Frauen verheiratet war und niemand von den Frauen konnte ein schlechtes Wort über den Gesamten sallallahu alaihi wa sallam sagen das ist unser Vorbild das Vorbild für die gesamte muslimische Ummah liebe Geschwister subhanallah wann kam diese Überlieferung die Besten von euch sind die Besten zu ihren Ehefrauen in dieser Zeit haben die Kirchen diskutiert ob die Frau ein Mensch oder ein Tier ist und so ist es wie ich gesagt habe in dieser Zeit wo Mohammed sallallahu alaihi wa sallam die Barmherzigkeit für alle Welt und Bewohner gesagt hat die Besten von euch sind die Besten zu ihren Ehefrauen in dieser Zeit hat der Klerikus was diskutiert ob die Frau ein Mensch oder ein Tier ist Alhamdulillah bei uns war sie von Anfang an ein Mensch möge Allah unsere Frauen segnen und dann hört euch die Stellung von der Mutter an liebe Geschwister im Islam wir haben sie gehört bezüglich der kleinen Mädchen sind sie geehrt oder nicht und wir haben sie gehört bezüglich der Ehefrau sollte man sie gut behandeln und wir sagen allen BZ Lesern was diese Presse die natürlich einen bestimmten Kulturursprung hat wir haben es oft erwähnt was diese auch euch über den Islam sagt ihr müsst genau das Gegenteilige davon nehmen wenn sie sagen A dann sagst du nein B war richtig das ist ein Indikator geworden für den Hass gegenüber dem Islam liebe Geschwister hört zu wie die Mutter geehrt ist im Islam so kam ein Mann zum Propheten und er stand kurz vor einem Kampf der Gesandte hat die Truppen zusammen gesammelt damit sie den Kampf gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen durchführen so kam ein Mann zum Gesandten und er sagte zu ihm ich möchte dich begleiten bei diesem Kampf so fragte der Gesandte hast du eine Mutter so sagte der Mann ich habe eine Mutter so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so geh und sorge dich um deine Mutter kümmer dich um deine Mutter denn das Paradies ist unter ihren Füßen Allahu akbar das Paradies ist unter ihren Füßen liebe Geschwister es gibt eine Überlieferung allgemein das Paradies ist unter den Füßen der Mutter diese ist keine authentische Überlieferung aber diese Überlieferung dass er diesen Mann wohin geschickt hat zu seiner Mutter und nicht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in den Kampf ziehen gelassen hat er sagte zu ihm geh zu deiner Mutter kümmer dich um sie denn das Paradies ist unter ihren Füßen und in einer anderen Überlieferung ja arajul wir wollen klar machen was die Stellung der Frau ist damit die Nichtmuslime ab jetzt schweigen das ist Koran und Sunnah was wir euch sagen was die anderen euch vorleben die Mujrimien sind die Verbrecher sind die Ungerechte sind das ist nicht unsere Sache in jeder Religion gibt es Verrückte es gibt bei den Muslimen Verrückte es gibt bei den Christen Verrückte und es gibt bei den Juden ebenfalls Verrückte deswegen wir halten uns an unseren Büchern liebe Geschwister ein Mann kam zum Gesandten und sagte wer von den Menschen hat das meiste Anrecht dass ich ihn auf beste Art und Weise behandle er sagte deine Mutter okay ich habe verstanden ja Resulallah meine Mutter wer danach noch mal deine Mutter er sagte so sagte er deine Mutter zum dritten Mal wer danach er sagte danach dein Vater die Mutter hat drei Rechte mehr als der Vater was für eine terroristische Religion was für Unterdrücker Allah die Mutter sie trägt das Kind in der Regel neun Monate die Mutter entbindet das Kind alles schwere Angelegenheiten bei Allah die Mutter entbindet das Kind und dann nachdem sie es entbunden hat was macht sie sie stillt es die Mutter hat drei Rechte mehr als der Vater ja und es liegt nichts dabei wenn du nach Hause gehst zu deinen Eltern so gehst du direkt erstmal zu deiner Mutter ich berichte euch vom Islam ich berichte euch nicht von schlechten Vorbildern liebe Geschwister und Leute die dann als Maßstab für den Islam lügnerischerweise genommen werden bei Allah das ist nichts anderes als eine Lüge über den Islam wir wissen dass nicht viele den Islam richtig praktizieren aber das ist nicht die Schuld unserer Religion das ist ihre eigene Schuld werden sie zur Rechenschaft gezogen bei Allah sie werden zur Rechenschaft gezogen liebe Geschwister das ist der erste Punkt und ich mache jeden Punkt kurz damit man auch vielleicht diese Scheibchen weise auch in das Internet stellen kann der zweite Punkt das religiöse Gebot des Hijab und die Lüge dass dieses ein politisches Symbol ist oder eine Unterdrückung der Frau darstellt wir schauen wieder wo herein in unsere Grundlage den Koran Allah Allah Azzawajal sagt O Prophet sag zu deinen Frauen und zu deinen Töchtern und zu den gesamten gläubigen muslimischen Frauen was soll er ihnen sagen hört zu es sollte nicht nur bei seinen Ehefrauen bleiben und bei seinen Töchtern sondern an alle gläubigen muslimischen Frauen Sie sollen sich reichlich bedecken sie sollen Kleidung über sich schlagen so dass ihre Reize nicht zu sehen sind Frage und das will ich auch deutlich machen in dieser kurzen Sitzung hat Allah hier etwas vom Kopftuch gesagt was sagt Allah so sollen sie ihre Kleidung über sich schlagen über ihren Kopf über sich das bedeutet den gesamten Körper und ich möchte das auch den Nichtmuslimen klar machen und auch unseren muslimischen Frauen möge Allah sie segnen das Kopftuch ist falsch und es gibt kein Kopftuch in unserer Religion es gibt nur ein Hijab das ist der korrekte islamische Ausdruck bedeutet nicht nur dass eine Frau bei uns ein Kopftuch trägt und dann hat sie ihre Aufgabe erfüllt nein bei Allah nein sondern sie bedeckt ihren gesamten Körper von oben bis bis unten sie bedeckt ihren gesamten Körper und Jilbab das Wort was hier im Koran genannt wurde es ist ein Kleidungsstück was den gesamten Körper bedeckt liebe Geschwister subhanallah es gibt Frauen die tragen ein Kopftuch und wenn sie dieses Kopftuch ausziehen würden würden sie genauso aussehen wie Frauen die keine Muslime sind ist das richtig ist das richtig das heißt wenn es nur das Kopftuch wäre es gibt nicht muslimische Frauen sie tragen Kopftücher ist das dasselbe nein Hijab bei uns bedeutet liebe Geschwister nicht nur dass eine Frau den Kopf bedeckt sie bedeckt ihren gesamten Körper Allahu Akbar und Allah sagt in einem anderen Ayah und sie zeigen nichts von ihren Reizen außer das was sichtbar ist natürlich die Kleidung ist sichtbar sie kann sich ja nicht unsichtbar machen aber mit dieser Kleidung bedeckt sie ihre gesamten Reize das bedeutet sie hat ein Hijab ein Kleidungsstück welches den gesamten Körper bedeckt liebe Geschwister es gibt bei uns im Islam keine vorgeschriebene afghanische Vorschrift keine afghanische Kleidungsvorschrift keine türkische Kleidungsvorschrift keine arabische Kleidungsvorschrift was ist das Ziel hinter dem Hijab es soll den gesamten Körper bedecken die Reizen ob man so ein Modell wählt oder so ein Modell Hauptsache es macht ihren Zweck und Ehren Sinn das ist das wichtigste und Kopftuch ist falsch und das sage ich besonders unseren Schwestern denn subhanallah was soll dich o edle Schwester unterscheiden von einer Frau die vielleicht kein Kopftuch trägt aber sie hat sonst genauso wenig an wie du zum Beispiel nur eine Hose zum Beispiel nur eine Bluse ist das Kopftuch das entscheidende nein höre zu was weiter in der erkannt werden und demnach nicht belästigt werden Allahu akbar dieses sollt ihr in euren Köpfen festhalten eine Frau die ein John Wayne Tuch trägt und wie eine Ente watschelt werden die Männer sie anmachen sie und ihre Schwester das ist nicht gemeint was setzt Allah als Ziel eine Frau die als rechtschaffende Frau erkannt wird wenn ein Mann sie sieht dann sagt er mit dieser Frau kann ich sie nichts anfangen das ist das Ziel sind unsere Frauen so angezogen ich frage euch sind eure Frauen so angezogen ein Nicht Muslim sagte zu mir einmal was soll dieser Quatsch den eure Frauen begehen dass sie nur ein Kopftuch anziehen und sonst nackt sind ich hätte ihnen eine dass sie richtig oder falsch handelt falsch handelt aber was hat er gesehen die Realität keine Ahnung ich mag das ich gebrauche das Wort auch nicht es waren so viele Belästigungen gegenüber den Frauen in der Wirtschaftsbranche im Parlament in allen Dingen warum fragt euch mal warum ich sage euch die Antwort wenn eine Frau nicht als rechtschaffende Frau erkannt wird was sollte einem die Tür verschließen so eine Frau anzug und jeder Straße mit einem Rock und sie benimmt sich nicht islamisch frage hat sie das Ziel erfüllt was von ihr will antwort nein und so leid es mir tut oh Schwester die Religion ist die Wahrheit und wir müssen uns selber alle erziehen wir alle nicht nur unsere Frauen wir selber müssen uns erziehen und diese erziehung macht die Schönheit des Islams dass wir nicht sagen wir handeln nach unseren persönlichen bedürfnissen sondern wir sind Muslime und unterwerfen uns vor Allah wenn Allah uns sagt eine Sache ist so dann ist sie für uns weil wir Muslime sind weil wir lieben weil wir Allah als den allweisen sehen den der nur das beste für seine Diener möchte weil wir Allah als den allbarmherzigen sehen wenn wir auch Fehler machen er wird uns immer wieder vergeben subhanahu wa ta'ala und weil wir auch Allah als allgewaltig sehen wen er will den bestraft er subhanahu wa ta'ala möge Allah uns alle in das Paradies eingehen lassen der Jilbab ist ein Kleidungsstück welches den gesamten Körper bedenkt liebe Geschwister welcher Mann wird sich so einer tugendhaften Frau nähern niemand niemand wird sie als Spielzeug sehen und niemals wird ein Mann diese Frau anmachen weil Allah diese Frauen geschützt hat und der Hijab liebe Geschwister ist wie ich gesagt habe etwas was den gesamten Körper bedenkt der Prophet berichtet in einer Überlieferung bei ihm ein Muslim das ist einer der authentischsten Bücher nach dem Koran er sagt es wird Frauen geben die sind angezogen aber doch nackt überlegt der Prophet hat sie in seiner Zeit nicht gesehen das heißt er hat uns über was berichtet über die Zukunft und von wem hat er dieses Wissen nur von Allah es wird Frauen geben und diese Frauen können mit uns diese Hadithe studieren ob wir Zeitzeugen sind oder nicht es wird Frauen geben die sind angezogen aber doch das heißt Kopftuch ist dran aber das ist alles unbedeckt und die Reize sind zu sehen ihr gesamter Körper sie sind angezogen und doch nackt das ist etwas schwer zu übersetzen sie haben einen verführerischen Gang beim Laufen und bringen anderen diesen Gang bei genauso zu laufen passiert passiert höre was der gesamte Mohammed und du Schwester ich denke es ist auch dein Prophet deswegen liebst du ihn und möchtest dich an seine Befehle halten er sagte diese Frauen werden nicht das Paradies betreten höre nicht auf Abul Baran von mir aus kannst du mich hassen bis zum Tag der Auferstehung ich habe kein Problem aber bitte so viel Respekt zu unserer Religion ich rede hier über Koran und Sunnah Abul Baran sagte nichts von seinem eigenen Wortschatz sondern ich lese dir Ayat vor und Hadith sie werden nicht das Paradies betreten und nicht einmal dessen Geruch wahrnehmen was für eine Strafe warum ich verstehe eins nicht wenn du eine Frau fragst die jetzt freiwillig ihr Kopftuch angezogen hat wir kommen danach dazu warum trägst du ein Kopftuch so wird sie dir sagen weil Allah es mir befohlen hat eine wunderschöne Antwort möge Allah dich segnen aber mach weiter ist es nur das Kopftuch wenn es dir darum geht Allahs Befehl zu gehorchen dann bitte den gesamten Befehl nicht 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 nur ein Teil von Befehl und nicht dass du nur fastest aber kein Hijab trägst und nicht betest derjenige der dir das Gebet auferlegt hat ist auch derjenige der dir den Hijab auferlegt hat und der dir auch das Fasten auferlegt hat warum trennst du und tust so als ob Allah in mehreren Göttern aufgeteilt wäre nein Allah ist ein einziger und von ihm haben wir die Gesetze bekommen er hat dir das tragen einer islamischen Bedeckung befohlen subhanahu wa ta'ala und wir haben es gerade angesprochen die Islamhasser sagen uns was unsere Religion ist sie sagen das Kopftuch ist ein politisches Symbol damit haben sie das Kopftuch und ich sage Kopftuch aber ich meine was Hijab ich habe es vorhin angesprochen damit haben sie das Kopftuch entfremdet und zwar von was von unserer Religion sie haben es getrennt das ist ihr Ziel dass sie sagen das gehört gar nicht zur Religion wir sagen ihnen lernt erstmal eure eigene Religion bevor ihr über die Religion der anderen spricht lasst uns diesen Teil selber entscheiden ob das Kopftuch zur Religion gehört was haben wir gesagt wer sagt zu seinen Propheten oh Prophet sagt zu deinen Frauen und zu deinen Töchtern und zu den gläubigen Frauen sie sollen sich reichlich bedecken wessens Worte sind das von einem Politiker von einem Staatsoberhaupt es sind die Worte von dem Herrn aller Weltenbewohner niemand anderes außer Allah Wollt Wollt ihr jetzt noch politisches Symbol sagen ein Lügner bleibt ein Lügner und wenn du mit dieser Lüge sterben willst so stirbt mit dieser Lüge aber wenn du die Wahrheit haben willst dann schaue im Koran nach und ich sage dir die Eier das ist die 33 59 damit du selber nachschauen kannst ob wir die Wahrheit sagen oder ob wir aus einem Märchenbuch vorlesen es gibt kein Märchenbuch es ist das Wort das wahrhaftigste Wort von Allah und von niemand anderem außer von Allah verfasst liebe Geschwister alle muslimischen Gelehrte bedeutet alle Resschul haben ein Konsens eine einhellige Meinung eine Meinung dass der Hijab verpflichtend ist für die Frau sogar die Leute der Bidda der Neuerung die sich von den 73 Gruppen sogar entfernt haben sogar die Schia bei ihnen ist es verpflichtend was soll ich euch noch dazu sagen es gibt niemanden von den Gelehrten der etwas anderes gesagt hat außer dass der Hijab Pflicht ist liebe Geschwister will uns der Staat erklären wie wir unsere Religion zu verstehen haben sie wollen uns bevormunden weil wir dumm sind weil wir nichts wert sind weil wir keine Stimme haben so kommen diese Leute und sagen wir werden für euch dummer sprechen denn ihr seid möge seine heuchlerei in der dunia sichtbar machen und möge ihm die gerechte strafe geben wenn er so stirbt dieser scheihtan der sich muslim nennt spottet über den islam beschimpft den islam redet von morgens bis abends über den islam dieser wird geschützt morgens und abends er hat polizeischutz warum weil er gegen den islam spricht oder für den islam weil er gegen den islam spricht habt ihr gemerkt dass alle polizeischutz bekommen die was die gegen den islam sprechen aber die die für den islam sprechen und gut sprechen und hier ein friedliches miteinander haben wollen in der gesellschaft bekommen sie polizeischutz nein vielmehr wird die polizei zu ihnen hingeschickt damit sie razzia in ihren wohnungen machen möge andere uns standhaft machen diese gesamten islam kritiker macht schon mal eine teile eine regel die sind nichts anderes als guffert sonst werden sie auch kein islamkritiker du wirst niemals sehen dass ein muslim den islam was kritisiert es kann passieren dass ein muslim etwas falsch versteht von seiner religion das kann passieren und diese leute bekommen was eine aufklärung aber jemand der von anfang an den islam beschimpft beleidigt ihn als eine terroristische religion beschimpft ist das ein muslim bei allah wer sagt dass diese person ein muslim ist so soll er sich gedanken machen über seinen eigenen islam möge allah uns bewachen sie holen bezahlte heuchlerische freunde die so viel bezahlt werden dass sie die wörter sagen die die kuffar ihnen auferlegt du sagst ja wie heißt sie sagen wir es passt immer bitte sag den leuten weil sie denken du bist muslim dass das kopftuch eine erniedrigung für frauen sie hat andere wörter benutzt ich möchte diese wörter nicht sagen von perversion hat sie gesprochen weil er überlegt perversion ja was diese frau in ihrem leben alles macht und sie will über perversion über die reinen frauen reden so eine die wie viel schmutz auf ihren herzen lassen wie viel tausendmal sie schon an sinna vielleicht gemacht hat will über unsere edle reine religion reden und genauso die anderen gestalten die sie holen um sie zu bezahlen wie der gesandte muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat duatun ala abwabi jahannam es wird rufe geben sie rufen wohin von der tür von jahannam rein in jahannam so fragte hudhaifah radiyallahu am wadda sifhum lana ya rasul allah beschreibe sie uns wir wollen wissen mit wem wir es zu tun haben werden er sagte hum min jildatikum wa yatakallamuna bi al-sinatikum sie sind von eurer haupt bedeutet sie haben was eure euren ursprung eure nationalität sie gehören zu euch und sie reden mit eurer zunge eure sprache und sie geben vor koran und sunat zu rezitieren zu zitieren aber sie zitieren nichts außer ihre satanischen gedanken liebe geschwister rasul allah hat uns alles klar gemacht und wer wird von den muslimen solche leute als was als vertreter der muslime sehen seht ihr sie als vertreter der muslime ja oder nein wenn diese ob es der islamrat ist islamverrat aufwand verzeiht oder diese leute die sie alle versammeln aber merkt ihr subhanallah und das möchte ich euch klar machen in diesem falle merkt ihr dass die islamhasser wissen dass diese leute bei den bei der bevölkerung eventuell als muslime gesehen werden könnten deswegen lassen sie sie sich sprechen merkt ihr dass diese leute enormer und energischer sprechen als die islamhasser selber das solltet ihr mal genau verstehen liebe geschwister also holen sie ihre heuchlerischen freunde die sie muslime nennen die sollen dann sagen das stimmt nicht der kopftuch gehört nicht zum islam und die meisten frauen so sollen die leute wissen tragen ihren hijab aus überzeugung und ich komme danach dazu dass ich einige stellungnahme einige kommentare von den schwestern auch lesen werde liebe geschwister sie werden nicht dazu gezwungen bei allah kann es sein dass hier und dort es kann alles sein ja aber der islam ist die unterwerfung frage wenn man einer person sagt nimm den islam an mit zwang und lebe den islam mit zwang und diese person tut es wirklich nur aus zwang wird diese person selbst wenn sie den islam lebt in das paradies kommen sagt es mir warum nicht weil der islam ist unterwerfung im herz das muss freiwillig geschehen das kannst du nicht jemandem aufzuhören der islam muss was freiwillig gelebt werden liebe geschwister kommen wir zu punkt 3 die scheinargumente der islam gegner bezüglich des kopftuchverbots erst einmal sage ich meinen geschwistern wir müssen nicht für neue rechte kämpfen sondern die rechte auf religionsfreiheit und die freiheit der eltern ihre kinder zu erziehen ist in der verfassung verankert wir müssen nicht für neue rechte kämpfen jedoch interessieren sich diese islam gegner nicht für ihre eigene verfassungsordnung und sie setzen sich über ihre eigenen gesetze hinweg wenn es darum geht den offenkundigen hass gegenüber den muslimen klar zu machen so sagte der integrationsminister integrationsminister lasst uns hören der soll eigentlich dafür da sein um ein friedliches zusammenleben zu ermöglichen er sagt religionsunmündige kinder dürfen nicht gedrängt werden das bedeutet hier speziell was meint er das kopftuch natürlich und dieser mann hat seinen job ganz klar verfehlt ganz klar ohne fragen warum ist toleranz nicht dass kinder ganz gleich welchen glaubens einander kennenlernen können und sie miteinander in der schule sein können unabhängig welche religion sie angehören ein mädchen mit kopftuch kann doch mit einer ohne kopftuch spielen und auch das jüdische mädchen kann mitspielen wo ist das problem fragen wir diesen politikern denn du wirst niemals sehen dass kinder vorher sich gegenseitig nach der religionszugehörigkeit fragen bevor sie miteinander spielen bevor kinder miteinander spielen fragt ihr ihn bist du jude oder christ dann erspiele ich mit dir wo gibt es die kinder haben eine fitra und diese leute die islam hassen wollen diese fitra bei den kindern zerstören liebe geschwister das sollte eigentlich ein integrationsminister sagen bei allah du wirst niemals kinder sehen die sagen welcher religion gehörst du an erst wenn du mir das richtig beantwortest dann spiele ich mit dir aber dieser integrationsminister er möchte dass die mädchen mit kopftuch zur außenseiterin in der schule werden mashallah was für ein integrationsminister was heißt integration liebe geschwister natürlich manche haben ein anderes verständnis die sagen auch wenn er muhammad heißt der muss weichwurst essen und bier trinken und grünen der islam gehört nicht zu deutschland das denken manche über integration aber das ist nicht die integration integration bedeutet für uns ganz klar gesagt wir lernen die sprache derjenigen mit denen wir zusammen wohnen und leben wir kommunizieren mit ihnen wir sind friedlich und wir haben ein miteinander nicht ein gegeneinander und ist mehr von uns verlangt ja oder ist nicht mehr von uns verlangt alhamdulillah man kann gerne unser führungszeugnis betrachten ob wir uns an die regeln halten oder nicht und wir sagen den leuten wenn wir uns an regeln halten dann machen wir das nicht aus furcht vor dem staat sondern aus furcht vor Allah wenn du nicht klaus warum weil du Angst vor dem staat hast sondern du hast Angst vor Allah ist sinner in diesem land erlaubt ja oder nein machst du es natürlich nicht aber nach dem gesetz ist das erlaubt aber du weißt Allah er würde dich dafür zur Wechenschaft ziehen das ist unsere Angst und Alhamdulillah dass wir sie nur vor Allah haben aber wir halten uns an die Regeln und wir halten uns auch an die Gesetze Alhamdulillah das ist deutlich denn ansonsten wäre ich nicht in der Lage euch heute einen Vortrag vorzubereiten obwohl man so viel Schlechtes über mich schreibt das sage ich nur den Nichtmuslimen dass sie etwas überlegen sind liebe Geschwister lasst uns herausfinden ob es diesen Leuten um das Kindeswohl geht weil das behaupten sie uns geht es nur um das Wohl der Kinder oder ob sie nur einfach den Islam mit jeder Faser ihres Herzens hassen wenn es um das Kindeswohl gehen würde dass dieses Gesetz was sie jetzt etablieren wollen nur dafür da ist den Kindern nichts aufzuzwingen so haben sie hiermit jetzt den Kindern selber etwas aufgezwungen sie haben sie in ihrer persönlichen Entwicklung was eigentlich erlaubt oder nicht erlaubt nicht erlaubt dann fragen wir weiter wenn es nur um das Kindeswohl geht dass Religionsunmündige nicht bevormundet werden was ist mit Kreuzen die Kinder unter 14 Jahren um den Hals hängen na klar das Baby kam raus und sagte ich will mir ein Kreuz um den Hals hängen und wir stellen weitere Fragen die bitter sind aber sie sind da entscheidet ein christliches Kind bei der Taufe ob es getauft werden möchte oder nicht wir stellen noch eine Frage dann lassen wir euch in Ruhe weil wir wissen die Gesichter werden langsam rot möge Allah uns bewahren und uns wahrhaftig machen warum war in dieser Debatte nicht die Kippa von jüdischen Kindern auch zur Rede warum wurde dieses nicht zur Rede gestellt Kippa ist diese Mütze die jüdische Kinder anziehen auch unter 14 und da hat man etwas Angst sich mit den falschen Leuten anzuregen geht es um das Kindeswohl um was geht es um was der Islam ist das Problem mit anderen Worten bei Allah es geht nicht um das Kindeswohl sonst müsste man hiermit alle Religionen einbeziehen es geht um die schnellstwachsendste Religion vor der sie Angst haben Punkt 4 den wir schnell abhandeln liebe Geschwister weil ich möchte schon gerne einige das was einiges was die Schwestern geschrieben haben auch gerne vorlesen eine Antwort an die Islam wir fragen wir fragen diese Leute die mit ihrer Demokratie prallen prallen sie mit ihrer Demokratie ja oder wir fragen sie was ist der Unterschied zwischen euch und den Diktaturen die genauso eine totalitäre Ideologie haben was ist der Unterschied die anderen verbieten das genauso und heißt Demokratie nicht Toleranz also wir als Muslime merken nichts von dieser Toleranz und wenn man die Menschen nackt auf der Straße herumlaufen lässt weil dieses zu einer Demokratie gehört wenn man auch die Menschen die sich als Gruftis und als Satans Anbeter verkleiden lässt weil dieses zu einer Demokratie gehört und wenn man die Menschen als Buddhisten und auch als Nonnen herumlaufen lässt weil dieses zu einer Demokratie gehört dann fragen wir als Muslime warum lässt man die muslimischen Frauen nicht den Hijab tragen hört etwa hier das demokratische Verständnis auf eine Frau in den sogenannten demokratischen Staaten wird gezwungen ihren Hijab ihr Kopftuch ihre religiöse Identität abzunehmen warum weil die religiöse Freiheit in diesen Staaten nur schriftlich im Buch steht aber sie wird nicht praktiziert bedeutet Religionsfreiheit für alle außer für Muslime Subhanallah und wichtig das solltet ihr verstehen liebe Geschwister und das gehört zu den deutlichsten Beweisen Subhanallah eine Frau mit Kopftuch darf die Toiletten in einer Schule sauber machen oder im Krankenhaus als Putzkraft ist sie gut genug aber darf sie auch an der Schule Lehrerin sein oder im Krankenhaus Ärztin sein nein weil man will sie in einer erniedrigten Position sind geht in ein Krankenhaus wen seht ihr meistens als Putz Frauen mit Kopftuch die die Toiletten sauber machen dafür ist sie gut genug aber wie sieht es aus darf sie Ärztin sein mit Kopftuch darf sie in der Schule Lehrerin sein mit Kopftuch nein sie ist nur dafür da was zu tun die sogenannten erniedrigten Aufgaben liebe Geschwister Subhanallah diese Islam Gegner verachten die Werte von muslimischen Familien als ob diese muslimischen Familien untauglich sind liebe Geschwister ihre Kinder erziehen zu können was soll das Zwang was heißt Zwang gegenüber Kindern jetzt wenn nur eine Person sein Kind mitnimmt um zu impfen hat das Kind sich für die Impfung entschieden wer entscheidet das die Eltern obwohl gibt es Leute die sagen Impfung sind schädlich ich würde jetzt die Diskussion nicht aufmachen aber es gibt Leute die sagen vielleicht ist das schädlich für das Kind warum entscheiden die Kinder warum entscheiden die Eltern verzeiht mir warum warum entscheiden die Eltern ob das Kind in ein Fußball Internat geht oder nicht ob das Kind Kunst turnen macht oder nicht will das Kind das immer gegen den Willen des Kindes wenn es darum geht dann redet über den gesamten Willen des Kindes in allen Bereichen nicht nur in religiösen Bereichen und daher liebe Geschwister sagen wir zu den Islam Gegnern und ihre Argumente gehen natürlich aus und bei Allah sie haben keine Argumente ohne ihre eigene Demokratie zu verraten das Mädchen ist erst ab der Pubertät sagen sie die verpflichtet den Hijab zu tragen was regt ihr Muslim euch so auf die darf mit 14 Jahren den Hijab tragen natürlich bis dahin gibt es ein neues Gesetz dann erst ab 18 und dann gibt es ein neues Gesetz ab 30 und dann ab 60 die denken wir sind dumm was sagen wir diesen Leuten erstmal mit 14 wann bekommen die meisten Mädchen ihre Pubertät unsere muslimischen Mädchen kriegen die Pubertät schon vor den europäischen Kindern das wisst ihr bei uns ist es nicht ungewöhnlich dass ein Mädchen schon mit 8 9 Jahren das weiß man auch wir können ihnen auch gerne beweisen dafür liefern es gibt Statistiken und es gibt alles was will man uns sagen das heißt sie kann ihr religiöses Recht nicht wahrnehmen weil sie ist mit 10 Pubertieren geworden darf aber erst mit 14 ihr Kopftuch tragen man entreißt sie von ihrer Identität welcher Identität wer hat sie ihr gegeben Allah und dieses Mädchen macht das für Allah und sie schaffen damit einen Konflikt bei einem Mädchen selber von der einen Seite weiß sie dass sie eigentlich Kopftuch tragen muss von der anderen Seite wird es ihr verboten denkt ihr das ist leicht für ein Mädchen liebe Geschwister subhanal malik sie haben sich Mühe gemacht ein Alter zu finden um überhaupt mit uns zu diskutieren so nach dem motto erst ab der Pubertät ist das verpflichtet wir sagen ihnen die meisten sind erst mal vor 14 in der Pubertät ich rede über unsere Mädchen und Nummer zwei bitteschön das könnt ihr ihr nicht verbieten das ist die Entscheidung der muslimischen Familie oder ihr macht ein Gesetz für alle und sagt uns das dann werden wir dieses Land verlassen Möge Allah uns das Wort Allah nur am höchsten halten lassen und niemals auf unsere persönlichen Bedürfnisse gucken lassen die Geschwister Kinder ahmen ihren Eltern nach weil sie sagen die Eltern haben sie gezwungen denn ein siebenjähriges Mädchen kann nicht selbstständig entscheiden ich kann euch berichtet ich habe eine Tochter die ist wie alt ist ungefähr so zwei ne verzeih uns wenn wir was falsches sagen Allah ist mein Zeuge sie liebt das Kopftuch über alles ich kann sie nicht ausziehen sie möchte am liebsten damit schlafen die lässt keinen ran von wem hat sie das gelernt sie macht was wer macht ihre Mutter macht wollt ihr das auch den Kindern verbieten dass sie ihre Eltern als Vorbilder sehen subhanal malik wallahi ich habe selber mal ein Kind gesehen der hat sich so hier überall am Unterarm nur am Unterarm bemalt dann gucke ich auf einmal ich sehe den Vater der ist überall hier tätowiert am Unterarm was hat er gemacht dem zufolge hat sich überall am Unterarm gemalt das ist so aber glaubt mir das Tattoo wäre ihnen lieber als der als das Kopftuch Kinder Abend gerne ihre Eltern nach liebe Geschwister und diese Islam Gegner wollen den Islam eliminieren natürlich gibt es noch viele weitere Schritte in den Schubladen von diesem Islam Hassan sie testen nur die Temperatur von uns Muslim mit anderen Worten wenn wir schweigen was kommt dann als nächstes das neue Gesetz und die Gesetze sind schon gemacht bis wir nichts mehr mit unserer Religion zu tun haben in Spanien Subhanallah ja in Österreich hat dieser Sebastian Hitler äh Sebastian Kurz das vorgemacht und jetzt und wer ist er sie wollen was testen unsere Temperatur solange wir schweigen solange ist alles gut was sind sie gewohnt sie sind von muslimischen Familien gewöhnt dass sie sagen nein in Deutschland dürft ihr das nicht und ihr habt keine rechte und dies und das und das stimmt die alten generation haben das mit gemacht aber wir sagen ihnen ganz klar dieses ist jetzt eine neue generation eine selbstbewusste generation die ihre rechte kennt die die sprache dieses landes versteht die kommunizieren können die sich anbieten für Dialog die sagen nein wir haben recht das ist nicht mehr dieselbe generation wo ihr mit einem 60 oder 70 jährigen spricht der sagt hauptsache dort schlacht nein 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 die generation hat sich geändert die geschwister und wir werden uns nicht einfach so klein kriegen lassen wir wissen was unsere rechte sind und wir werden für unsere rechte einstehen und deswegen liebe Geschwister sage ich euch es gibt ein paar Geschwister möge alle sie segnen sie haben eine umfrage gemacht oder beziehungsweise eine petition meistens dass man unterschreiben soll und dass wir so viele stimmen wie möglich sammeln damit wir den leuten vorlegen können schaut wir sind nicht dumm wir sind eine selbstbewusste generation hier bitteschön es gibt genug leute die damit nicht einverstanden sind wie ihr die muslime beformen wollt und dass ihr ihre rechte mit füßen und deswegen bitte ich euch dass ihr euch da auch einschreibt damit wir so viele leute dass ich noch an den islam gegnern etwas sagen möchte sie sollen eine sache wissen je mehr sie den islam verbieten umso begehrter wird der islam sein wollt ihr den beweis diese islam hasser sie haben die medien in der hand sie haben das geld und geben aus um vom wege abzuhalten von morgens bis abends berichten sie schlecht über den islam aber subhanallah die einzige religion die so immens wächst ist der islam alhamdulillah sie möchten das licht abbas die religion mit ihren mündern auslöschen aber allah wird sein licht vollenden auch wenn es den kuffar zu wieder ist das sind die worte allah und ich ende mit einer ayah als lud der geehrte prophet liebe geschwister der neffe von ibrahim zu einem volk ging die das abscheuliche männer unter männer begangen haben so sagte not zu ihnen dass sie das unterlassen sollen weil sie sonst bestraft so sagten sie einen satz wirft die sippel und die jenigen die mit ihm sind aus eurer stadt heraus das sind leute die wollen sich was rein halten wisst ihr was es bedeutet rein halten sie wollen nicht ihre ehre beschmutzen ihre religion beschmutzen deswegen schmeißen wir sie raus aus aus dieser unserer stadt und so wird es heute mit den muslimen gemacht wenn sie sich rein halten wollen dann sind sie salafisten sagt mit mir extremisten terroristen jihadisten wahhabisten alles nur weil sie für ihre religion einstehen und wir sagen ihnen wallahi wenn ihr uns mit diesen namen nennt nur weil wir stolz sind auf unsere religion bitte schön lasst es herabregnen auf unseren köpfen mit diesen werten und zum schluss wie versprochen möchte ich nur ein paar kommentare von den schwestern vorlesen sie haben uns auch geschrieben möge alle unsere schwestern segnen so schreibt eine liebe geschwister wieso werden meine steuern akzeptiert aber nicht die art wie ich mich anziehe wir sind nun im jahre 2018 angekommen und das problem einiger wutbürger ist nur die muslimische frau die bedeckt ihren alltag bestreiten möchte menschen in vieler orts sterben afghanistan bis palästina von syrien bis ganz afrika aber das europäische problem ist die ethnische kulturelle beseitigung der muslime möge unsere schwester segnen eine andere schwester schreibt ich trage seit sechs jahren den hijab und seit circa zwei jahren den niqab nicht nur ungläubige sondern hauptsächlich menschen die sich musliminnen haben sich gegen mich gestellt genau weil sogar die muslime den richtigen hijab nicht respektieren und uns bekämpfen sind wir heute in dieser situation und die anderen haben die möglichkeit uns die versuche zu tätigen unsere religion zu bekämpfen und zu denken wir wären dadurch unterdrückt oder gezwungen eine weitere schwester schreibt liebe schwester zum heutigen vortrag bezüglich des geplanten kopftuch verbots möchte ich gerne erläutern warum ich das kopftuch trage ich trage das kopftuch seit ich elf jahre alt war aus voller überzeugung zum islam und nicht ich habe gemerkt dass ich seitdem keine blöden anmachsprüche oder flirt versuche bekomme was mich ja als mädchen beschützt dafür bekomme ich immer mal beleidigung von islam hassa aber lieber eine beleidigung als eine vergewaltigung man sollte immer positiv denken und jedem die möglichkeit selber geben über sein leben zu entscheiden daher finde ich das kopftuch verbot nicht fair außerdem finde ich nicht warum ein kopftuch verbot für muslime ausgesprochen wird aber nicht gegen andere religionen wie zum beispiel christen oder juden die auch sehr wohl kopftuch tragen und so weiter und so fort auf jeden fall die schwestern haben uns geschrieben und es sind mehrere sachen die sie uns geschrieben haben ich möchte nur hiermit klar machen unsere schwestern Alhamdulillah sie segnen sie tragen das aus voller überzeugung und wir haben das erläutert welche eltern ihre kinder dazu aufzwingen und ihnen nicht erklären was der islam bedeutet so haben diese kinder nichts vom islam denn der islam muss wie was haben wir gesagt praktiziert werden freiwillig man muss sich unterwerfen vor dem willen allahs und das sagen wir auch zu den eltern die ihren kindern die sachen aufzwingen sie sollen wissen das kind muss lernen dass es freiwillig Allah ist und wir führen das kind wie zu Gottesfurcht wir führen es an damit das kind auch weiß Alhamdulillah das ist ihre Identität und wir machen nichts was hier uns angelastet werden kann möge Allah mit diesem Vortrag einige herzen die vorher gezweifelt haben möge diese herzen umkehren lassen zu der Wahrheit möge die nicht muslime zum islam leiten und möge die heuchlerischen sogenannten muslime die bei Allah keine muslime sind möge sie recht leiten bevor sie in dieser situation sterben wir haben noch etwas Zeit wir nehmen uns zehn Minuten Zeit für Fragen wer Fragen hat kann gerne diese stellen auch zu dem Vortrag den wir heute angesetzt haben vom Internet nicht die Fragen die sonst immer aufgestellt werden sondern Inshallah noch eine andere Töhnfeuer kann es sein dass diese Leute auch so Ausschnitte aus dem Koran und der Sunnah die Gelehrten haben zwei Ansichten darüber was bedeutet sie reden mit euren Zungen manche haben gesagt sie haben dieselbe Sprache wie ihr und die anderen Gelehrten haben gesagt sie reden augenscheinlich mit Koran und Sunnah und verdrehen die Wahrheit vom Koran und Sunnah wenn die Paradiesbewohner und die Höllenbewohner miteinander reden sind denn die Höllenbewohner überhaupt in der Lage zu reden sind die Höllenbewohner in der Lage zu reden wenn die Paradiesbewohner mit ihnen reden natürlich Allah hat das ja erwähnt wie sie das machen Allahu a'la aber natürlich es findet ein Dialog statt zwischen den Paradiesbewohnern und den Höllenbewohnern und das in mehreren Stellen im Koran das ist nicht nur eine Stelle liebe Geschwister nein es wird gefragt kann die Hijra zur Pflicht werden beziehungsweise wann wird sie zur Pflicht kann die Hijra die Auswanderung zur Pflicht werden natürlich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam er sagte in einer Überlieferung die ist nicht ganz klar unter den Gelehrten einige der früheren Hadithgelehrten haben sie als Daif klassifiziert wie zum Beispiel Al-Bukhari er sagte sinngemäß ich sage mich los von denjenigen die zwischen den Muschrikien leben ich sage mich von den Leuten das bedeutet von meinem Volk von meinen Leuten die unter den Muschrikien leben die Überlieferung ist erstmal umstritten aber wenn wir auch davon ausgehen dass sie authentisch ist und viele Hadithgelehrter haben diese auch als authentisch klassifiziert sie bedeutet liebe Geschwister wie Ibn Hajj al-Asqalani dieses erläutert hat und Abu Zakaria al-Ansari rahimu wa ta'ala sie sagten das bedeutet wenn man zwischen den Muschrikun seine Religion nicht öffentlich praktizieren kann dann sagt sich der Prophet sallallahu wa sallam von ihr und natürlich die Gelehrten bevor sie ein Urteil erstrecken nehmen sie alle Überlieferungen zusammen in anderen Überlieferungen kamen Leute zum Propheten sallallahu wa sallam und sie sagten ja Rasulallah ich möchte die Hijra mit dir vollziehen was sagte er geh und bringe deinem Volk das Buch bei wenn er sagt ich möchte mit dir die Hijra vollziehen dann lebt er in einem muslimischen Land der Prophet sallallahu wa sallam hat ihn zurückgeschickt richtig deswegen wenn man nicht mehr seine Religion öffentlich praktizieren kann dann ist es verpflichtend für einen jeden Muslim verdrehen dass er dieses Land verlässt und ich möchte nichts schwarz malen aber glaubt mir alles deutet darauf hin dass sie entsprechende Pläne haben dass sie uns total davon abkapseln wollen unsere Religion richtig zu praktizieren deswegen sollte man immer ein paar Euro zur Seite haben wenn es hart auf hart kommt dann packt man die Koffer und alhamdulillah die Erde Allahs ist weit wir sind nicht auf Deutschland angegriffen na tafad auf jeden tabak du hast in Hadis er gesagt es wird viele Leute geben die sind angezogen aber nach sagt das nur auf die Muslime oder zählt das allgemein auf alle Menschen als der Prophet sallallahu alaihi wassallam gesagt hat Nisa hat das allgemein gesagt und er hat diese Frauen in seiner Zeit nicht gesehen aber was hat der Prophet sallallahu auch speziell in diesem Hadith gemeint es gibt davon verschiedene Überlieferungen er sagte sie haben was über ihren Kopf sozusagen wie ein Kamelhöcker was sie so subhanallah du siehst heute die Frauen die machen die stecken ihr Haar hoch und machen darüber was das Kopftuch auf jeden Fall diese Frauen hat der Prophet sallallahu alaihi nicht gesehen das deutet darauf hin dass die Frauen in der Jahiliya in seiner Zeit wie angezogen waren anders als die muslimischen Frauen das heute tun subhanallah es wird gefragt wie sieht das aus wenn ein allgemeines Kopftuchverbot geben sollte ist es gestattet das Kopftuch abzulegen oder ist man verpflichtet Alternativen zu wenn das Kopftuch verboten wird nochmal ich sage Kopftuch aber wir meinen was ich habe es erläutert im Vortrag ist man verpflichtet dann auszuwandern wenn dieses Kopftuchverbot allgemein ausgesprochen wird mit Sicherheit ist es verpflichtend für diejenigen die können auszuwandern was heißt die können es gibt manchmal Länder man will von dort heraus aber sie lassen ein nicht heraus zum Beispiel in Tunesien und anderen Ländern da wurde viel gegen den Islam gehetzt natürlich mit den Kuffar zusammen und natürlich wollten Leute auch daraus weil wer zum Frühgebet in die Moschee gegangen ist hat manchmal zehn Jahre Gefängnis bekommen was war seine Strafe dass er zum Fajr Gebet gegangen ist Leute die mit Bad waren haben zehn Jahre Gefängnis Strafe bekommen diese Leute die wollten raus aber können sie raus man lässt sie nicht raus deswegen schaut man diese Religion wenn es einem möglich ist dass man raus geht dann muss man raus mein Großvater hat Haramgeld verdient als Metzger und schlachtete Schwein er hat sich das Geld auf die Seite gelegt jetzt möchte er mir einen Teil davon geben ist das Geld für mich erlaubt ein Bruder sagt mein Vater hat Haramgeld erzielt und er hat unter anderem Schwein und andere Sachen verkauft und er möchte dieser Vater jetzt ihm einen Teil von dem Geld geben erst mal hat der Vater bereut oder nicht wenn der Vater nicht bereut hat ist das Geld was weiterhin Haram hat er bereut so gibt es zwei Ansichten der Gelehrten die einen sagen er darf es ab jetzt verhalten und die anderen Gelehrten sagen nein er soll es weggeben in Allah ist gut und gütig und er akzeptiert nur was erlaubt ist und Allah nimmt nicht etwas an was schmutzig ist deswegen wenn eine Person bereut hat dann können wir weiter reden und Allah ta'ala ala wa ala tafad was runterlassen soll ach so dass er das Boxen runterlassen soll genau weil die Aura gezeigt wird und das Gesicht geschlagen wird und deswegen Prophet Mohammed hat das verboten aber ich weiß nicht ob ich ganz richtig zu ihm geantwortet habe ich habe gesagt ist das Boxen erlaubt im Islam nein das Boxen ist verboten der Prophet sagt in einer Überlieferung schlage nicht auf das Gesicht schlage nicht auf das Gesicht hat das Gesicht von Bani Adam was geehrt der Verstand wurde uns gegeben damit wir erkennen und ein Verstand muss ausgereift sein muss verstehen begreifen können außer dass es verboten ist in das Gesicht zu schlagen was passiert mit einem der jahrelang geboxt hat was passiert die Spuren sind immer sichtbar sind immer sichtbar deswegen das Gehirn der Verstand ist eine Gnade von Allah dürfen wir diese Gnade einfach so vernichten auf keinen Fall deswegen es ist verboten diesen Box Sport sparings mäßig auszuüben Wallah ta'ala Sparings ja Sparings da drinnen ist Sparings das Konditionstraining und Dings das kein Kummen aber das Schlagen ins Gesicht ist verboten Wallah Wallah ich habe zwei Fragen aber später eine zweite wie wäre es dann beim Ringen ich habe schon mal die Frage gestellt aber noch nicht das Ringen ist etwas ganz anderes das ist mehr so Knutsch das Ringen ist was anderes das ist kein Problem aber was soll man mit dem Geld machen wenn man Haram Geld verdient hat ich habe es angesprochen wenn man bereut hat danach gibt es Gelehrte die sagen man darf das Geld behalten die Gelehrten teilen Haram Geld in zwei Kategorien die eine Kategorie ist zum Beispiel du hast in einem Restaurant gearbeitet wo man Schwein Alkohol verkauft hat aber auch Produkte die halal sind dein Vermögen ist gemischt okay aber es gibt Haram Geld was durch Ungerechtigkeit erzielt wurde du hast Leute abgezogen ihnen das Geld geklaut das wird niemals halal das darf man niemals behalten deswegen diese zwei Kategorien bei dem anderen Geld Haram Geld auch beiderseitigen Einverständnis okay die eine Kategorie auf keinen Fall die andere Kategorie wenn man bereut darf man es behalten nach einer Ansicht der Gelehrten und besser ist das wegzugeben für muslimische Projekte wie Sheikh Islam Ibn Al-Qayyum gesagt naam Allah 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 wenn man Verband hat die keine Muslime sind Christen oder halt nicht Muslime und darf man dann trotzdem nicht von den erben auch wenn die jetzt keinen kriminellen Beruf hatten wenn Kuffar vererben wollen an einem Muslim ist das erlaubt nein weder darf ein Muslim ein Kafir beerben noch darf er von einem Muslim erben und die Beliefung dafür ist bei immer Muslim der Prophet sagte ein Muslim erbt nicht von einem Propheten ein Muslim erbt nicht von einem Kafir und wird auch nicht von ihm beerbt ok und das ist die Ansicht von allen vier Schulen von Allah Allah aber anders was kann er machen er kann eine Wasiyah machen eine Wasiyah ist ein Testament ok aber es braucht Zeit um das zu erklären die letzten 3 4 Fragen schnell kurz und bündig die Sache zum Beispiel wenn mein Alpen gestorben ist und ich hätte zu ihm sein müssen für das Begraben und so meine Familie zum Beispiel aber er ist nicht Muslim sogar von Stammung vielleicht Muslim sein könnte aber hat nichts mit Islam zu tun darf ich ihn in die Grab von ihm ich beantworte dir das allgemein wenn bewiesen ist dass eine Person nicht Muslim war bewiesen ist dann natürlich darfst du ihn nicht bestatten aber wenn jemand sagt ja der hat Fehler gehabt ok da kann man nicht einfach sagen der ist kein Muslim ok wenn bewiesen ist dass er kein Muslim ist zum Beispiel er beschimpft den Islam er hasst den Islam das ist natürlich kein Muslim egal was er sagt auch wenn er über sich selber sagt wie Abdul Samet dass er Muslim ist braucht wir nicht drüber zu reden ok sogar die Muschrikun haben ein oder beziehungsweise Ahlul Riddah diejenigen die den Islam verlassen sind schlimmer im Urteil alles die Hand wie ist das wenn eine Frau kein Hijab trägt also ohne Kopf verletzt in einem Altenheim arbeitet aber wo trotzdem in ihrem Trakt keine Männer arbeiten oder mit ihr zusammen die Arbeit verrichten was ist mit einer Frau die im Altersheim arbeitet schaut mal liebe Geschwister unsere Religion hat in bestimmten medizinischen Berufen Erleichterung geschaffen was heißt Erleichterung geschaffen die Regel ist fürchtet Allah so viel ihr können wir sagen natürlich nicht einer Frau dass sie das in erster Linie arbeiten soll ok aber wenn jetzt zum Beispiel die Frau schon mittendrin ist dann sagen wir ihr erstmal guck nicht auf die Aura Nummer eins Nummer zwei versuch es zu vermeiden dass du diese Person wächst und so weiter und so fort und drittens auch im Altersheim kommt das dazu und das weiß ich dass man die Leute speisen muss natürlich auch mit was mit geschlachtet ist von Tuna mit Dingen die haram sind deswegen gibt es viele Sachen bei dieser Arbeit aber normalerweise eine Person die jetzt zum Beispiel eine arbeitet als im Krankenhaus oder sonstiges natürlich sie haben eine kleinere Erleichterung als andere Leute aber sie müssen trotzdem Allah die letzten beiden Fragen darf eine Frau alleine die Hijra vollziehen wenn es zur Notwendigkeit wird darf sie auch alleine die Hijra vollziehen es gibt eine Regel im Islam die Notwendigkeit hebt was auf Haram normalerweise ist es verboten für eine Frau alleine zu reisen aber in diesem Fall wird die Notwendigkeit tritt die Notwendigkeit hier ein und das Haram fällt weg Kannst du kurz einen Kommentar dazu geben dass einige Gelehrte wohl sagen Musikinstrumente seien erlaubt weil der Prophet bei seiner Ankunft damit begrüßt worden sei was was ist mit der Ansicht von manchen Leuten die sagen dass Musikinstrumente Haram sind erlaubt sind weil der Prophet damit begrüßt worden ist erst mal wer sagt dass diese Überlieferung authentisch ist Nummer eins Nummer zwei die gelehrten sagen unter anderem Sheikh und Islam und alle vier Rechtsschulen haben die Musikinstrumente für verboten erklärt was Al-Rina anbelangt das Singen gibt es unterschiedliche Ansichten aber die Musikinstrumente haben alle vier Rechtsschulen verboten es gibt keine Rechtsschule die das erlaubt hat Abu Halifa war sogar am strengsten darunter wie Ibn Al-Qayyim sagte für ihn war das rhythmische Schlagen auf dem Tisch schon Musik und Verbot deswegen alle vier Rechtsschulen haben das für Verboten erklärt welche Rechtsschule folgt er er kann sich eine aussuchen und dann hat er das Urteil du hast eine Ausnahme ich habe eine Frage gesagt es gibt bestimmte Leute die machen laute nicht Instrumente aber mit ihren Stimmen und das hört sich sehr an der Bruder sagt es gibt so wie nennt man das so beatbox ich kenne Dönerbox aber dieses hereinblasen so dass sich das wie Musik anhört auch darüber haben die Gelehrten geredet sie sagen das ist zu unterlassen weil das eine Schubra ist das heißt es ist etwas sehr zweifelhaftes und bitte nochmal die Bitte unterschreibt bei dieser Petition damit wir so viele Leute wie möglich zusammen bekommen dass dieses Kopftuchverbot nicht durchgesetzt wird und sagt assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum